Heute, was geht ab, Leute, wir sind aus Ingolstadt, überraschenderweise, dass man hier eine Quest erfüllt. Gucken wir uns mal ein Ergodoktyl ab und dann noch mein Zaptus, aber erstmal das Ergodoktyl. Tod. 1,1,18 wäre es gewesen. Dann noch schnell mein, nicht der, das war falsch, sondern hier mein Zaptus. So. 20% mehr, ok. Ach, 14 Minuten. Schade. Letzter Zaptus. Ich hab dann in den Kommentaren, ob ihr euch noch mal ein Zaptus geholt habt oder auf Arctus gewartet habt. Weil wenn man es morgen aktiviert, kommt Arctus. So. Noch ein Ei, auch noch am Start. Und? Oh, ist so. Aber leider nicht shiny. IV-technisch glaube ich auch nicht so gut. Ja, ok. Hier? Ja, hab ich. Saftig. Ich hab gesagt, die Quest beste. Auf der Jagd nach dem 100er Ergo. Also, schau mal was es hier so geht. EP-technisch? Ah, warte. Ich zeig euch mal meine EP. Kurz vor 9. Auf geht's. So. Hier ist nochmal die Quest gewesen. Das heißt, ich entwickle den jetzt für 2 Euro Daktür. Morgen, bester YouTuber abonniert. Immer Werbung machen. Immer Werbung machen. Das sind schon meine Abonnenten. Du musst bei anderen YouTubern reinschreien. Ok, fahr mal auf Dingle. Warte, ihr habt gut gemacht. Entschuldigung. Das hat man schon mal. Bleib mal tot, Alter. So. Check. Da hinten sind hohe. Ja, so große. Können wir machen. Wahrscheinlich. 1.094. Leider nein. 1.082. So Leute. 724. Ingolstadt war tot. Essen war auch ganz okay. Jetzt sind wir in Augsburg. Augsburg geht echt klasse. Überall Stops. Augsburg ist so klasse, dass Sabasch jetzt gleich in der 40 wird. Endlich. Der letzte. Ist das soweit? Passt. Er muss noch ein paar Stops. Warte. Noch 14.000. 4 Stops. 4 Stops. Ok. Dann, bis gleich. 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. Klasse Tag heute. Gehst du mich? Ja, du hast gesagt. War ja zur Absicht. Wohin muss es keine Stops geben. Jungs, ich laufe. Es ist soweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, nein. Ja, nein. Vielleicht. Nächster. Oh mein Gott. Der nächste Stopp. Oder Pokémon. Dann brauchst du 500 aber. Er fülle den Quest, dann kriegst du auch IP. Oder? Nein. Nicht? Einfach einen Stopp nochmal an. Ich kann doch gar keinen drehen, wenn hier keiner ist. Hier vorne. Dann muss er fahren. Lauf. Lauf, ja. Steig aus und lauf. Hau ab. Hast du den da rechts schon? Guck mal. Der wird... Der Stopp hier rechts. Schau, die Ampel gönnt nicht. Jetzt. Das war's. Jetzt kannst du aufhören zu spielen. Meine Leistung, ich habe meinen Sinn verloren. Glückwunsch. Machst du so. Ich bin Einzelschloss. Bist du aufgeregt? Das war's. Wieder zurück in München. Also um genauer zu sein. Schon gestern. Innsbruck war okay. Augsburg hingegen war richtig krass. Richtig viele Stops. Also wer dieses Wochenende jetzt morgen übermorgen noch Zeit hat. Auf nach Augsburg. Ich weiß nicht genau mit wieviel ich gestartet habe. Ich glaube 88, irgendwas. Aber jetzt habe ich die 90 Millionen geknackt. Auf dem Weg zu 100 Millionen, 540. Das waren glaube ich die langsamsten 10 Millionen EP, die ich gemacht habe. Von 80 auf 90 jetzt. Da waren schon echt eine Menge EP Events dabei. Aber ihr wisst, der EP Grind ist nicht mehr mein Ding. Aber die 100 Mille gehen auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall geil, wenn ich die 100 Mille in Dortmund schaffen würde. Aber ich glaube jetzt nicht. Ist ja schon Ende des Monats, dass ich bis dahin noch die 10 Mille mache. Ich meine ich hätte wahrscheinlich genug Ressourcen. Aber jetzt alles rausballern. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ein Aerodactyl Quest haben wir noch. Entwickeln wir aber schnell einen. Eine Menge Aerodactyl Quest gemacht. In Augsburg und Innsbruck. Aber leider kein 100er dabei. 1118. Drei Chancen habe ich noch. Und zwar ist das Spiel dreimal abgestürzt, als ich auf die Quest gedrückt habe. Um mir das Aerodactyl abzuholen. Das heißt irgendwo jetzt in der Quest Forschungsbelohnungssammlung. Die ich angesammelt habe. Müsste irgendwo möglicherweise ein Hunderter dabei sein. Auf jeden Fall drei dabei, die ich nicht abgecheckt habe. WP technisch. So. Und. Auf gehts. Schauen wir mal. Ah. Relativ knapp. 1.100 habe ich schon. Das heißt der kann wieder weg. Ja. Und das war es eigentlich. Von unserem Abenteuer. In Innsbruck und Augsburg. 90 Mille geknackt. Viele neue Quests gemacht. Echt eine Menge Onyx Quests. Aber mehr dazu dann. Am Ende des Events. Bei einem Recap. Durch das Event jetzt 90 Mille geknackt. Immer noch auf der Jagd nach. Shiny Ammonitas. Shiny Kabuto. Aerodactyl habe ich. Da jagge ich nur noch den Hunderter. Aber schreibt unten in die Kommentare. Wie es bei euch so aussieht. Wart ihr in der neuen Stadt. Um Supps zu drehen. Und EP zu farmen. Habt ihr Shiny Ammonitas. Kabuto. Aerodactyl. All das. Und in die Kommentare. Also das war es von mir. Wie man liken. Subscriben. Kommentieren. Checkt die anderen wie es ab. Folgt mir auf Instagram. Facebook. Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokémon is CS Business.